Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, es geht in dieser Folge um das Thema, den Wohnwagen, das Wohnmobil winterfest zu machen. Das habe ich ja schon mal in Folge 59 so ein bisschen erklärt oder beziehungsweise ein paar Tipps dazugegeben. Hier ist es jetzt so ein bisschen so ein Update, was ich euch da mitgeben möchte. Und dann habe ich da dazu auch noch eine passende Checkliste. Ja, eben, also wir hatten ja einen super Sommer, auch immer noch einen fantastischen Oktober. Und somit ist für viele die Camping-Saison dann doch ein bisschen länger. Aber man sieht so langsam, die Ersten fangen an, ihren Wohnwagen, ihr Wohnmobil winterfest zu machen. Und für andere, die warten noch auf die Herbstferien, gehen vielleicht nochmal in die Herbstferien. Und dann ist danach sozusagen die Camping-Saison zu Ende. In Folge 59 habe ich dazu schon mal drei Tipps gegeben, wie, auf was man unbedingt achten sollte, wenn man den Wohnwagen, das Wohnmobil winterfest macht. Das waren so meines Erachtens nach die drei wichtigsten Punkte. An denen hat sich prinzipiell auch nichts geändert. Und ich zähle die jetzt hier einfach mal auf. Ich gehe die jetzt nicht im Detail durch. Da müsst ihr dann einfach, wenn euch das interessiert, die Folge 59 anhören. Der erste Tipp war damals, das Wassersystem zu entleeren. Der zweite Tipp war, für eine ausreichende Belüftung des Wohnwagens bzw. des Wohnmobils zu sorgen. Und der dritte Tipp war, sämtliche Flüssigkeiten und halt alles, was Ungetier anziehen kann, also Lebensmittel etc. rauszunehmen. Ja, und jetzt habe ich hier, dazu gibt es zu diesen drei Updates, äh, zu diesen drei Updates, zu diesen drei Tipps gibt es jetzt ein Update. Und zwar geht es um das Wassersystem. Auch gerade jetzt durch diese sehr lange Sommersaison und alles, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr unterwegs war, ist es jetzt halt so, dass, wenn man das Wassersystem über den Winter stehen lässt, dann können sich da natürlich Keime bilden. Natürlich im Winter ist die Gefahr wesentlich geringer, aufgrund dessen, dass es ja so kalt ist. Da schreitet so eine Keimbildung auch wesentlich langsamer voran, wie jetzt im Sommer. Aber nichtsdestotrotz sollte man gerade jetzt auch nach so einer ausgedehnten Sommersaison daran denken, das ganze Wassersystem zu entkeimen, desinfizieren und halt vielleicht auch sogar gerade noch mit zu entkalken, bevor es dann ins Winterquartier geht und der Wohnwagen dann da mehrere Monate unangetastet sozusagen in der Halle steht sozusagen. Und ja, bei uns selber gibt es zwar keine Winterpause, aber wir wissen jetzt auch noch nicht, wann wir wieder losfahren, ob wir jetzt nochmal in den Herbstferien weggehen. Da ist ja hier in Baden-Württemberg, sind die Herbstferien gerade dann, wenn dann auch noch Halloween ist. Die Kinder wollen Halloween hier zu Hause feiern. Von dem her wissen wir noch gar nicht, ob wir wegfahren. Und wenn, dann ist es wie bei uns eigentlich immer sehr spontan. Ja, nichtsdestotrotz bin ich eben hingegangen und habe jetzt das ganze Wassersystem zunächst entkeimt und anschließend entkalkt. Denjenigen, der sich dafür interessiert, wie man das machen kann und auch relativ günstig machen kann, dem lege ich hier die Folge 4 ans Herz. Da bin ich darauf eingegangen, wie ich das handhabe mit Chlor für den Poolbereich und einfach Zitronensäure. Die Details aber eben in Folge 4. Ja, und das ist auch so das, was ich als sogenanntes Update zu diesen drei Tipps von damals sehe. Bevor man halt einfach nur das Wassersystem leer laufen lässt und dann leer stehen, leer und offen stehen lässt, damit keine Leitungen platzen können durchs Einfrieren, bin ich jetzt dieses Jahr eben hingegangen und so werde ich das auch in Zukunft handhaben, dass ich vor dem Einwintern das ganze Wassersystem eben nochmal entkeime und entkalke, die Leitungen leer puste und dann lasse ich das Ganze offen stehen, weil dann ist einfach die Gefahr, dass sich da doch irgendwie zu viel Keimer ansammeln oder sonst irgendwas, ist da einfach viel, viel, viel geringer. Ja, das ist eigentlich so das Einzige, was ich da ergänzend dazu sagen möchte. Dann habe ich, die habe ich schon vor Uhrzeiten, habe ich das mal erstellt, so eine Checkliste, Saisonende Winterfest machen. Das Winterfest machen bezieht sich natürlich noch auf viel, viel mehr Punkte wie die drei Tipps aus der Folge 59. Da habe ich damals, habe ich mir so eine Liste erstellt und für alle, die vielleicht gerade mit dem Campen anfangen und auch noch vielleicht ihren ersten Winter vor sich haben, aber auch für alle anderen, ihr könnt euch die Checkliste gratis runterladen bei mir auf der Website. Also kostet kein Geld, nix, ist ein PDF. Hat glaube ich zwei Seiten oder drei, keine Ahnung. Verlinke ich hier im Blogbeitrag. Könnt da einfach mal reinschauen, anschauen, könnt da auch ergänzen, macht, nutzt es. Es kann einem gerade am Anfang viel bringen und vielleicht allen, die schon mehr Erfahrung haben beim Campen, vielleicht ist dann doch noch der ein oder andere Punkt dabei, wo man selber vielleicht nicht dran gedacht hat. Und also mir haben am Anfang solche Checklisten auch unheimlich geholfen. Und ja, vielleicht fällt euch auch selber noch ein Punkt ein, den ich vergessen habe, wo ihr sagt, hey Dominik, das ist aber auch noch so ein wichtiges Ding, da musst du auch mal dran denken. Wäre dann auch interessant zu wissen, wenn ihr dann noch irgendwas entdeckt, wo ihr sagt, hier, das ist echt noch ein wichtiger Punkt oder sonst irgendwie was zu ergänzen habt, dann freue ich mich da natürlich sehr, sehr drüber. Und ihr dürft das ganz, ganz gerne in die Kommentare schreiben, was eure wichtigsten Punkte sind, wenn es darum geht, den Wohnwagen Winterfest zu machen. Ja, das war es auch schon wieder für diese Folge. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Tschau. Oh, 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 oh. Vielen Dank.